Jetzt zu der Problemreihe, beginnend mit Julie P. Cools zerbrechlich, dann schuldig, bis ans Ende aller Tage, die Macht des Zweifelns, und da rutschte es mir aus der Hand. So, die Wahrheit der letzten Stunde, die Wahrheit meines Vaters, die einzige Wahrheit, öfter kann man das Wort ja nicht verwenden, das Herz ihrer Tochter und 19 Minuten. Und nochmal fürs Protokoll, nicht gelesen, 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 nicht gelesen, nicht, nicht, nicht gelesen, und das ist gelesen, ach Quatsch, das ist nicht gelesen, aber das ist gelesen. Also, die sind ungelesen in der Mitte, und das ist außen auch. So, dann meine liebe Winnie-Pukiste, die hat mein Vater mal von einer Fortbildung oder so mitgebracht, die habe ich schon ganz lange, und ich kann mich einfach nicht von ihr trennen, und ich brauchte einen Platzhalter. Dann kommen hier Bücher aus der Reihe mittendrin. Kuckuckskind von Patricia Schröder, Patricia Schröder, die Autorin mag ich auch sehr gerne, dann Stumme Schreie, und das ist von Milena Beisch, Blumen im Bauch. Und Zicke, das habe ich ja schon rezensiert, von Sarah Zah. Eigentlich, früher hatte ich es immer so, dass die Bücher von den Autoren nebeneinander stehen, aber das ist nicht dasselbe Thema, meiner Meinung nach, das geht nicht. So, noch eine Truhe. Kommen wir nun zu den Todesbüchern. Wenn du stirbst, sieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, von Lauren Oliver. Dann Gale Formen, wenn ich bleibe, oder eher gesagt, die englische Variante, If I Stay. Die kann ich ja mal gerade von innen zeigen. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Ich erschrecke mich jedes Mal aufs Neue. Wenn man das hier aufmacht, dann sieht das richtig Hammer aus, wegen dem Glas. Also wer das Buch schon gelesen hat, mag es auf Deutsch gewesen sein oder auf Englisch, wird verstehen, warum da Glas abgebildet ist. Gute Idee. Dann, bevor ich sterbe, dann die deutsche Version von der englischen, wenn ich bleibe, von Gale Formen. Dann Tagebuch eines Engels von Caroline Jaskook, oder wie auch immer die nette Dame heißt. Und dann noch irgendein anderes Buch, wo der Vater erzählt, wie sein Sohn gestorben ist. Und der Sohn ist der kleine, süße Junge hier. Gut. Jetzt gehen wir eine Reihe nach unten. Zur Fantasy-Liebesreihe, genau. Den Anfang macht uns Harry Potter. Das war auch eines meiner ersten Buchreihen. Wie heißt wohl der erste Teil? Jetzt mal nachdenken. Stein der Weisen, Teil 2, Teil 3. Bis dahin habe ich auch alles gelesen. Teil 3 ist meiner Meinung nach der beste. Teil 4 bis zur Hälfte. Und dann Teil 7. Ja, ich kann zählen. Also 4, 7. Teil 5 und Teil 6 fehlen, denn ich habe mir die Filme angesehen und fand ich nicht gut. Deshalb wollte ich die Bücher nicht haben. Und hier hatte ich halt so meine Harry Potter Sendepause. Allerdings, als ich dann Teil 7 im Kino sah, war ich mir sowas von sicher. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Also habe ich mir Teil 7 gekauft. Und ich habe es nicht bereut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ende. Also viel besser als bei Panem. Nun ja. Dann wieder mal Patricia Schröder. Hier allerdings in der anderen Rubrik. Und zwar mit Vollmondkuss. Das ist ein Vampirroman. Den habe ich über 10, 11 gelesen. Und ich weiß auch noch, wie ich mich aufgeregt habe, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich so in einem Forum rumgefragt, ob es Teil 2 gibt. Und dann war ich letztens in der Buchhandlung und auf einmal sehe ich Teil 2. Also, naja. Bisschen spät, leider. Dann geht es weiter mit Vampiren. Die Bissreihe. Zumindest 1, 2 und 4. Teil 3 fand ich doof. Und das fünfte Buch, wenn man es so nennen mag, war auch nicht gerade für mich interessant. Dann Vampire Diaries. Hier die sechs ersten Teile. Weltbild und dann nochmal die CBT-Ausgabe. Bis dahin war ich richtig, richtig ergriffen. Und als ich dann das hier gelesen habe, also da fahren die wirklich die ganze Zeit nur Auto. Und dann hatte ich dann keine Lust mehr und habe hier am Anfang aufgehört. Weil, ich meine, es interessiert mich nicht, ob die rechts oder links abbiegen. Stimmt. Kommen wir dann zu meinem ersten Rezensionsexemplar. Tracy Buchrennen, Sternenwandler. Ein sehr nettes Buch. Und, oh, das ist auch eine tolle Reihe. Der geheime Zirkel. Gemmers Visionen. Zirzes Rückkehr. Und Kartiks Schicksal. Oh, oh. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich die gelesen habe. Aber ich erinnere mich, sie war sehr gut. Und dann noch ein Buch, was ich nicht fertig geschafft habe. Heaven statt der Feen. Ja, früher mochte ich Feen total gerne. Ich habe auch immer gespielt, dass ich eine bin und was weiß ich. Aber so als Lesen zur Zeit, nee. Nee, vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Nachdem wir diese Reihe passiert haben, kommen wir nun zu einer ganz besonderen Reihe. Ja. Das ist aber nicht meine Favoritenreihe, sondern genau das Gegenteil. Das hier ist meine Hassreihe. Wahrscheinlich werden die meisten jetzt sich total aufregen. Mich am liebsten in die Tonne treten wollen. Mir in den Haaren ziehen. Keine Ahnung. Ich will es mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich meine, kommt drauf an. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Und ja, wieso hat es Maggie Stiefs Vater nach dem Sommer nach hier unten geschafft? Nicht wegen dem Cover. Nein, das fand ich eigentlich gesagt sehr schön. Die Idee auch. Aber was meiner Meinung nach das ganze Buch kaputt gemacht hat, war, ich fand Sam, der Wolfsjunge, war irgendwie total ein Weichei. Und Grace war eher richtig, ach, wie soll ich das beschreiben? Also, genau. Ich verlinke euch jetzt hier irgendwo die Rezension, die meiner Meinung nach genau meine Meinung hat. Ähm, von The Book Look. Vielleicht hätte ich die mir vorher angucken sollen. Nein, leider. Deshalb werde ich auch nicht die weiteren Teile kaufen. Hier dann Tintenherz, Tintenblut, Tintentod. Tja, ja, wieso habe ich die wieder, ich dachte, das Buch wäre so toll. Ich hatte reingelesen, war ich begeistert. Und dann habe ich mir die weiteren gewünscht, habe ich dann auch bekommen. Nur dooferweise war das dann nichts für mich. Also, ich mag es nicht, wenn man ausführlich beschreibt, ob die Pflanze jetzt grüne Blätter hat mit roten Strichen oder ob die Striche gewählt sind. Das ist mir relativ egal. Und meiner Meinung nach, Cornelia Funke hat so einen langatmigen, ausschweifenden Schreibstil. Und du schreibst, naja, von daher. Und Eragon war dann genauso auch wieder so, wie gesagt, ich bin ein Liebesbuch-Fanatiker. Und da kam es zu keiner. Also es war mir einfach zu viel Krieg und zu viel Lernen. Und naja. Hier habe ich dann auch wieder die beiden Teile, weil mein Vater meinte oder dachte, mir würde der erste Teil gefallen. Und naja, ich habe ihn auch gelesen, den ersten Teil. Aber die anderen zwei waren nicht so mein Fall. So, kommen wir nun zu den anderen nicht so guten. Das ist von Tolkien, das Smil-Ra-Yon oder wie man das ausspricht. Dann Tödliches Lachen von Andreas Franz, ein Julia Durand, Krimi. Ich bin nicht so der Krimi-Fan. Ich gucke die liebend gern im Fernsehen, aber so lesen, na, bin ich jetzt noch nicht so auf dem Trip. Vielleicht kommt das noch. Und Kopfsprung von Kate Kahn. Ich erinnere mich noch, mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut zu haben. Es geht um Liebe und es geht um weitaus mehr als um Liebe, wenn ihr versteht, was ich meine. Also alles, was danach kommt. Ja, ich denke, das sollte ihr jetzt wieder kapiert haben. Und dummerweise war es so, dass ich vorher ein gewisses anderes Buch gelesen habe. Ich kann es ja mal gerade zeigen. Ja, leid ihr den Stuhl. Adam und Lisa hat dieses einfach total blass erscheinen lassen und deshalb ist es jetzt hier unten gelandet. Tut mir leid, liebe Kate Kahn. Es hat leider nicht mehr so gefunkt bei mir. So, nun zu meinen Schulbüchern. Manche stehen hier berechtigt, andere wiederum nicht. Aber das werdet ihr jetzt bestimmt selber merken. Und zwar Lippets Traum. Das steht hier vor allem wegen seiner schönen Farben. Ich weiß noch, wir mussten die gebundene Ausgabe kaufen, weil die Taschenbuchausgabe... Yay, es schneit! Nun ja, auf jeden Fall steht das hier wegen seiner Farbe. Dann, das haben wir uns alle gekauft, weil dieser Typ an unsere Schule kam. Und er hat uns sogar ein ganz tolles Autogramm gegeben. So richtig schön hingekritzelt, ohne, keine Ahnung, eine Widmung. Was weiß ich. Echt schade dafür, dass es mein erstes Autogramm von einem Autor wäre. Nun ja, vielleicht ändert sich das nochmal. Ich hätte kein Autogramm von Kerstin Gier. Ich beneide The Books Addicted. Ja, Joe Pestum, Büffelmädchen. Boah. Ein Indianer-Roman. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Pech hatte mit den ganzen Indianer-Büchern. Ich mag sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Alles begonnen... Ne, begonnen hat es alles mit... Der kleine Magus. Das steht übrigens im Regal meines Bruders. Wieso wohl? Und das war auch nicht gerade toll. Also ich mag Indianer-Bücher nicht. Es gibt bestimmt total tolle, aber ich hatte nur Pech bis jetzt. Dann Zoran Druvenka, der Bruder. Das war auch ein dummes Buch. Ich war so wütend. Ich habe hier die Seiten zerrissen. Ich habe den Rücken defekt gemacht. Ne, warte. Ich habe den Rücken... Den Rücken... Ja, genau. Ich habe den Rücken kaputt gemacht. Danke, Lukas. Und... Ich habe es gehasst. Allerdings... Der Fänger im Roggen. Das war derselbe Lehrer, mit dem wir das gelesen haben. Das war wieder sehr interessant. Das liest man ja in Amerika in der Oberstufe. Und ich fand es sehr gut. Jugend ohne Gott auch. Und Der Reviseur auch. Von Nikolai Gogol. Der Reviseur. Allerdings... Also, das lag vor allem an der Art, wie uns der Lehrer die Bücher nahe gebracht hat. Also, es war super interessant manchmal. Manchmal leider auch nicht. Manchmal war ich dann richtig geängstigt, weil ich hatte... Also, ich dachte, er nimmt mich dran und fuckt mich ab. Und das konnte ich überhaupt nicht leiden. Weil wir hatten... Nun ja, eine Gedichtabfrage war nicht so ganz glücklich verlaufen. Ja. Und seitdem war ich dann von Ängsten begleitet. Mit Ängsten begleitet. Ja, von Ängsten gelähmt. Ja, ja, mein kleiner Bruder... Und du bist nicht deutsch. Mein kleiner Bruder verbessert mich. So, auf jeden Fall, die fand ich gut. Dann hier ein nicht verdienter Fußballpokal. Ich war nur einmal beim Fußballtraining und durfte mir gleich einen mitnehmen. Cool, oder? Dann nationalsozialistische Bücher. Damals war es Friedrich. Das Buch habe ich auch in der Schule gelesen, aber es war gut. Deshalb darf es hier auch stehen. Dann das Tagebuch der Anne Frank und Liverpool Street. Das heißt, die Hass- und Schulbuch- und Nationalreihe ist ebenfalls gezeigt. So, nachdem wir jetzt hier dieses ganze Stück geschafft haben, fehlt nur noch das da. Ja, hier stehen meine Dystopien und, göttlich verdammt, das sind so meine Ausstellungsbücher. Obwohl, das müsste dann eigentlich auch da stehen, aber es passt nicht von den Farben und dann wäre es zu voll hier oben. Nun ja, auf jeden Fall, hier steht Panem und ich habe auch schon Teil 3 gelesen, nur der war nicht so prickelnd. Also, Susan Collins hatte wirklich ein Händchen dafür, all meinen Lieblingscharakteren irgendwie den Saft abzudrehen. Ähm, ja, dann hier noch die Auswahl und da versteckt sich auch noch Ugly, nur leider passt das nicht. Aber hier ist das Dystopienfach, also muss es hier auch wieder stehen, also versteckt es sich. Und natürlich mein göttlich verdammt. Ups. Ich liebe es, ich liebe das Cover, ich liebe das Buch, ich liebe, ich liebe es, ich liebe die Autorin. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil, göttlich verloren. Ich bin wahnsinnig gespannt und, hallo, das Cover wird blau, ist das nicht cool? Blau ist meine Lieblingsfarbe. Falls das irgendjemanden da draußen interessieren sollte. Es wird zwar nicht so gut passen wie diese grünen Töne, aber ich freue mich schon so. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das aushalten, bis der nächste Teil rauskommt. Ich meine, also das war definitiv mein Buchhighlight in diesem Jahr 2011, zumindest bis jetzt. Und das da, das auch, das auch, muss ich schon sagen. Hier werden übrigens hoffentlich auch noch bald zwei weitere Trilogien, ja, sind Trilogien, stehen. Und zwar die Godspeed oder Goodspeed, die Reise beginnt, sage, Trilogie, Himmel, lernen erst mal die Begriffe, Lisa. Da geht es auch wieder so um Diktatur, Science Fiction und deshalb wird das hier dann auch stehen. Und hier soll auch noch hin Lauren Olivers Delirium. Da geht es um Liebe, dass Liebe eine Krankheit sein soll und ich freue mich wahnsinnig. Godspeed kommt im August raus und Delirium im November erst. Und das wird dann hier irgendwann alles so stehen, also das wird dann... Okay, ich muss gucken, wo ich das denn mache. Eigentlich müsste ich es ja nach da unten stellen, aber es bleibt hier. Ja, und davon kommen auch noch die nächsten. Also es wird hier im Laufe der Jahre hoffentlich etwas... Was machst du da? Hoffentlich etwas voller. So, das war mein Bücherregal. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour nicht eingeschläfert und ihr seid noch wach. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich weiß, wenn ich zu schnell rede, das kommt besonders, wenn ich mich freue und wenn ich aufgeregt bin, dann verhaspel ich mich und das ist nicht ganz so schön. Ja, ansonsten ist es nicht mehr wirklich interessant. Also ich glaube kaum, dass ihr meine Lexikas sehen wollt oder meine Schulbücher. Ja, das sind noch die Bücher von meinem Bruder. Manche sind wie gesagt von mir, die habe ich ihm heimlich untergejubelt. Und ach, das kann ich euch gerade mal zeigen. Angstman, das Buch ist so genial. Das möchte ich unbedingt euch noch vorstellen. Es ist zwar ein Kinderbuch, aber es ist wahnsinnig lustig. Ach ja, und Grecks Tagebuch auch. Nur mal so. So, das war's von mir. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und ja, noch einen schönen Tag.